Ich bin ein Gummibär. Heute Abend wird's windig. Geht mir da durch ihr Dings kaputt? Wenn er beleuchtet wäre, wäre das cool, aber so weiß ich. Na okay, beleuchtet sieht auch nicht schön aus. Vielleicht bin ich eigentlich nur zu wählerisch. Die Ulf-Quest ist weg, oder was? Ich habe nur noch zwei Quests da oben stehen. Ist mir mal gerade aufgefallen. Ich glaube, Ulf ist untergegangen. Mit Pauken und Trompeten. Hätte vielleicht doch nochmal an den Funkturm gehen sollen. Vielleicht hätte ich doch nochmal an den Funkturm gehen sollen. Der arme Ulf, ne? Das ist ja echt bedauerlich. Das ist wirklich... Ich glaube, wir gehen schlafen. Morgen war das? Morgen, 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 ne? Ja, morgen. Ja, morgen. Okay, morgen. Oh weia. Äh, ich habe Angst. Ich habe wirklich Angst, dass diese bösen... Wenn die jetzt morgen noch nicht ausgewachsen sind, dann haben wir morgen echt ein Problem, ne? Weil mit der Saukraft und so, ihr wisst ja, wie das ist. Ulf will doch die Glühfrüchte. Ne, ne, ne. Oder war das ein anderer Auftrag? Ich weiß es doch auch nicht. Ja, 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 ja. Ich muss schnell ernten, was ich ernten kann. Oh. Oh. Okay, der hat kein Wasser gekriegt. Ja, ja, ach du Unkräuter. Ja, ja, ja. Ich habe es geahnt. Ich habe es geahnt. Ich weiß nur nicht, wo sie kommen. Nicht auf meine Ernte! eine ist runtergefallen, eine, das ist für mich ne gute Quote. Das ist für mich ne gute Quote. Uiuiuiuiuiui! Ich bin aber sehr glücklich darüber! Das muss ich ja ganz ehrlich sagen. Oh, guck mal Warte mal, drei Mal sehen, was geht Die sind nämlich jetzt ausgewachsen Meine Kannenpflanzen Wenn die nämlich ausgewachsen sind Dann kann man mit dem Blasebalk Und da brauchen wir nämlich nicht zum Seemel laufen Ist das cool oder ist das cool? Yes, Sir Dann stellt man sich hier schön Die Kannenpflanzen hin und dann kann man schön gießen Sehr geil, sehr, sehr geil Ach ja, ich wollte ja pupsen Geil, oder? Ja, finde ich auch Ja, zwei Wir brauchen fünf Stück Aber wir haben noch kein Holz Das ist übel Da wächst die nächste So Das Problem ist, wenn ich jetzt auf die Tornado-Dingsbums-Insel gehe Dann bin ich nicht rechtzeitig zurück Das ist so mein Mein Struggle Sozusagen Das ist so mein Struggle Wenn ich da jetzt hingehe, bin ich nicht rechtzeitig zurück Weil in drei Tagen ist schon wieder so weit Ich könnte jetzt diesen Baum fällen Und einen neuen einsetzen Aber Morgen ist Nieselregen Das heißt, ich brauche nicht gießen Wisst ihr was, Leute? Wir machen das Wir gehen einmal rüber Wir müssen Ich brauche leider noch von diesen Hölzern noch Da wir ja nur wissen, wie das alles funktioniert Sollte das ja kein Problem geben So Habe ich alles abgegeben? Nee, natürlich nicht War ja klar Ich brauche nicht aufteilen Rüber da Da war das Das hier Zack Die Pflanzen tun wir hier rein Stromfedern und Kram lassen wir hier Hier haben wir noch Leuchtblütensaat Zack Und den Energiekern tue ich hier mit rein So Lass mich überlegen Äh, cool Na gut Wir machen das Da müssen wir hin Ich bin erfreut Jups, die da in die Küche brennt Oh, habt ihr gesehen, wie weit? Oh, ho, ho, ho Ups Rein theoretisch Ja, von hier schafft man das nicht Das ist zu Nein, nein, nein Spring hoch Spring hoch Spring hoch Schockschwere Not Von hier kommen wir nicht rüber Das geht nicht Wir machen das wieder da vom Strand Ne, da war es am besten So Wir laufen Das ist ja das Wichtige Wir laufen Dadurch, dass wir den Laufgang drin haben Dadurch, dass wir den Laufgang drin haben Jetzt endlich Feierabend So Wir werden jetzt hier Oh, hier sind noch mal ein paar Spiraldinger Da brauchen wir die nicht kaufen mehr Das werden wir leider, leider, leider Hier sind noch keine neuen Früchte gewachsen Noch ein bisschen paar Gold Holz holen Leider, leider Aber wir pflanzen neue Das ist versprochen Wie das Armen in der Kirsche In der Kirsche Wir werden neue pflanzen Definitiv Was haben wir denn hier noch? Was ist das? Alu oder Eisen? Bitte, bitte Eisen Nein, Alu will ich nicht Alu, Alu mag ich nicht Das ist auch Alu, ne? Ja, 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 ja Nicht das, was ich möchte Das Hartholz lassen wir mal liegen Ich weiß, beim letzten Mal Sind wir auch hier hochgelaufen Oder blieb uns auch, glaube ich Gar nichts anderes übrig, ne? Aber mit der neuen Sprungfeder Finden wir vielleicht besser Die Artefakte noch, ne? Ich habe mal eine Frage Ist das da oben ein Baumstamm Und ist da auch eventuell ein Dings drin? Nee, oder? Nee, okay Ich habe mal Hartefakt gesehen, Leute Das war Nummer 12 Ich meine ja nur Ich meine ja Da, 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 da Nein, nein, nein Fall doch nicht rein Oh Jetzt wollte ich zu viel auf einmal Jetzt wollte ich zu viel auf einmal Warte Ich gehe mal so So Jetzt wollte ich zu viel auf einmal Okay, drei Stück noch Ich glaube, ich sehe noch eins Zwei noch Okay Hast du Früchte dran? Nein Okay Vier Holz Vier Holz Das ist echt nichts, ne? Aber wir haben drei Setzlinge Das geht Drei Setzlinge Da können wir gut bauen Es ist die Frage Ist da hinten oben was drauf? Also Schubdüsen Mehr kriegen wir hier nicht Wir kriegen, wenn Dann nur noch Ein Laufboost Da hinten Aber das Da waren wir schon, ne? Ich kann mir nur vorstellen Dass wir hier oben Irgendwas übersehen haben Die Frage ist jetzt Hoffentlich habe ich nicht den Lack zerkratzt Hast du keine anderen Probleme? Weißt du, wie schwer es ist, dass die zu 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 Und so Gibt's das? Hängt das heute schon wieder so an? Das ist ja schrecklich Der arme Meck Und so Aber wo sollen hier noch welche sein? Da vielleicht, da oben? Ah, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Oh, der da trägt Früchte! Ja, euch nehme ich mit. Und dich lasse ich hier, weil du Früchte trägst. So. Habt ihr noch nie? Die Idee, wo die Artefakte sein könnten! Eventuell habt ihr das ja schon mal bei jemandem gesehen, der das vielleicht gefunden hat. Hier waren wir oben drauf, ne? Warte mal, jetzt will ich mal was probieren. Komm auf! Nein! Oh! Nochmal! Nein, leg dich doch nicht hin! Ach, Menno! So! Ja, ist egal, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm, wir haben es aber geschafft! Ja, ja, ich weiß, wo ich dich geparkt habe! So! Ah, hier kommt man nicht weiter höher! Okay! 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 Okay, hier kommt man nicht weiter höher! Dazwischen ist auch nix, oder? Nee! Im Südosten auf der kleinen Insel war, glaube ich, auch noch ein Artefakt! Südosten, 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 okay, ich gehe gucken! Hier hatten wir alles abgesucht, naja! Kann doch nicht wahr sein, zwei Stück, da wäre doch diese Insel eigentlich fertig, oder? Ja, auf der kleinen Insel, da habe ich, glaube ich, geholt, oder? Also, hier habe ich geholt, dann bin ich hier rüber auf die... Da hinten! Ich sehe es! Oha! 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 Oh weia! Okay, jetzt wieder Nieselregen! Nieselregen! So, das war Nummer 15, ist hier noch mehr? Da ist eine schwarze Blume! Oha! Eine schwarze... Oha! Oha! Die werden... Da werden wir erst den Kopf abreißen und dann werden wir sie pflücken! Tata! 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 nein, 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 fall nicht ja, jetzt fehlt uns nur noch einer warte, jetzt muss ich mal was gucken hier ist auch noch eine Insel, müssen wir da vielleicht drauf, gehört das dazu aber da kommen wir gar nicht hin, vom Weg her würde das niemals reichen aber hier wollten wir auch noch mal rein aber wir müssen hier erst die Artefakte finden